Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum elften Spieltag der Kreisliga B Gruppe 1 für den Kreis 6. Fertigchen am elften Spieltag, let's go, heute um 19 Uhr, VfL Eversen, Gewinn gegen SV Fürstner Bödexen 3 zu 1. Und übermorgen SG Marienmünster-Rieschnau gewinnt 1 zu 0 gegen SV Holzhausen-Eversen. SG Billersen A. Nettertal verliert sowas gegen SV Steinheim 1 zu 5. SG Netterabo gegen VfL Langenland 2 zu 2. Tuss Lüttmarsen gegen SV Allhausen-Pümpfsten-Rieschen und Torlos 0 zu 0. Tuss Godelheim spielt gegen SV Trinker 1 zu 1. Und um 15 Uhr SV Heuchster 2 gewinnt gegen SV Berkheim mit 5 zu 0. So, das war's vom elften Spieltag der Kreisliga Gruppe B Gruppe 1 für den Kreis 6. Saison 2021, 2022, 2022, lasst mir gleich das lassen, aber da tschau. Und um 15 Uhrudo, als vr. Vielen Dank.